Hallo, Hallöchen, Freunde! Na, wie geht's euch? Ihr seid ihr da zu Mario Party 1, Part 26 natürlich. Ähm, ja, ich würd sagen, jetzt hielt euch warm an, holt euch ne Decke und holt euch noch ne Tüte Chips zum Snacken dazu, weil der Luigi's Maschinenraum hat kein warmes Feeling, finde ich. Und ja, ich sitze schon ganz dicht gekuschelt an meiner Heizung. Ja, die Heizung ist your best friend in cold days und so, ne? Ja, so sieht's aus. Oh, der Monkey hat ne 4. Damit schafft er den Stern nicht. Naja, er hätte eh nicht genug Geld gehabt. Egal. So, Yoshi ist dran, ne? Und er macht eine 1. Wow. Das ist eine katastrophale hohe Zahl, Freunde. So, ich muss jetzt versuchen, über die Schranke zu kommen, weil sonst ist's doof, ne? Weil dann krieg ich den Stern nächste Runde nicht. Dann muss ich nach oben und da ist's doof. Da will ich nicht hin. Toll. Okay, einfach was hohes! Oh nein! Nein! Och komm, das ist so ein Witz. Jetzt kann ich mit Donkey Kong zusammen gewinnen und dadurch kriegt er den Stern. Oder ich verliere mit ihm und er kriegt ihn nicht. Hm, toll. Was mach ich jetzt? Äh, Freunde, habt ihr... Habt ihr... Also, ich könnte ihn jetzt verlieren, also indem ich nichts mache. Dann würde Donkey Kong verlieren, er würde den Stern nicht kriegen und ich hätte noch eventuell die Möglichkeit... Obwohl mit 12 Münzen... Ach komm, ich mach einfach. Let's go! Geht doch noch mehr Speed, Mann. Donkey, hau in die Muskeln, Digga! Hm! Wird ist ja auch mal ein komisches, das ist spannend, Freunde. So hat er ich auch noch nicht lange nicht gesehen. Weil sonst benutze ich Donkey Kong eigentlich so gut wie nie in Mario Party 1. Hm! Let's go! Wir liegen vorne, Freunde! Woah, jetzt werden wir fast runtergefallen. Speed! Oh, jetzt kommt die große Kurve. Und nochmal extra Speed. Oh, 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 oh! Mann, ey, das ist seit einer Arbeit, Freunde, hier! Mann, Button-Smashing ist... Also, oh, hallo, jetzt so wieder. Speed! Okay, das schaffen wir. Okay, wahrscheinlich jetzt nicht mal in Rekord geknackt oder so ein Scheiß, ist mir aber egal. Oh, ganz knapp aber nur. Okay, wir haben Brasilien-Wahnsinn geschafft und ja, dadurch wird Donkey Kong den ersten Stern kriegen. Ist mir egal, ich will Münzen. Ihr habt ja gesehen, wie ich letztes Mal an Münzen endlich nicht gemangelt habe, aber an Sternen hat es mir gemangelt. Egal, was soll's. Aber dafür bin ich jetzt erster. Ja, jetzt komm ich nicht rüber. Jetzt muss ich, jetzt muss ich was Niedriges machen, Freunde. Weil jetzt mach ich mir schon was ganz Hohes. Oh, Luigi stellt sich gut in Positionen. Hä, wieso gehst du runter, du Trottel? Hast du doch viel längeren Weg, du Idiot. Hä? Okay, den hab ich nicht verstanden. Ja, okay, Monkey holt sich einen Stern, ist mir egal. Soll er machen. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, wann der Part angefangen hat. Naja, irgendwann. Naja, du blöder Monkey, Alter. Ich fand den Donkey Kong 64 sehr viel geiler aus. Auf den letzten Play freu ich mich ein, oh. Mal überlegen, wann mach ich das eigentlich? Mach mal sehen. So, wo ist der Nettstern, Freunde? Ach du Scheiße, ja genau, in so einer bekackten Ecke da unten. Ja, genau. Ey, komm, wer hat denn... Ne, ne, och man, das ist doch voll schön arg. Ja, ich weiß zwar gar keine Ahnung, was man da für 20 Münzen machen kann, aber ist ja egal. So, Monkey Face ist fast schon wieder die erste Runde rum und hat gleich ins Stern ein. Und sagt, ist das eigentlich Stunke, Alter? So, Yoshi, renn rüber. Und Ecke darf jetzt nicht rüber rennen, Freunde. Das heißt, notfalls kann ich ohne unten gehen. Ja, ne, da kann ich oben lang gehen. Ey, ich mach hier nur diese kleinen Pippi-Zahlen. Das ist denn so eine Scheiße. Okay, Freunde, nächstes Minispiel, oh yeah. Und, und, wir kriegen Grünbüren-Tanz. Äh, also so prickelnd finde ich das ja nicht, Freunde, weil dann kriegen die alle halt auch wieder 10 Münze und... Hm, vielleicht werde ich versuchen, mal die PCs verdienen zu lassen, weil ich hab hier noch sowieso genug Geld für den Stern, aber die anderen vielleicht nicht mehr. Hm. Wäre ein interessanter Gedanke, oder? Okay, Freunde, ich probiere es mal. Ja, ich bin jetzt mal extrem fies, nachdem ich bei dem letzten Mal von den PCs so fertig gemacht worden bin. Und auf in den Geist. Gib mir die Gü-Zone. Ey, du Arsch. Da ist ein Geist, juhu. Mann, no, Luigi, du Trott, ey. Du bist ein Truggle, Mann, ja, los. Hey, ich auch noch eingegeistert. Alter, eingegeistert, Freunde. Ja, eingegeistert. Zombifiziert. Ah, Yoshi hat jetzt so das Ding in den Sinn. Wir zombifizieren. Mann, no, Luigi, du Spacken. Ja, genau, los. Ja, renn rein, genau. Und wuuu. Down. Freunde, irgendwie war das jetzt extrem unselbstlos, was ich gerade gemacht habe. Ich finde, Kamikaze-technisch hab alles gemacht, damit die PCs verlieren. Aber sei Dank, ich kann die 5 Münzen verkraften, die PCs nicht. Guckt's euch an. Yoshi ist arm, Luigi ist geht noch und Donkey ist auch arm. Nein, der kriegt ihr wieder gleich 10. Oh ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich laufen, Freunde. Jetzt muss ich rennen. Jetzt muss ich hohe Zahlen mal machen, falls denn Mario mal auf die Idee kommt, dass man, ja, ja, genau, jetzt macht das Luigi, wisst ihr? Jetzt rennt er, jetzt rennt er, ey, die dumme Sau hier. Ist dat'n Stinker? Der geht mir auf'n Blinker. Da ist ja, öh, da ist ja Bowser. Du seid total veressen. Scheiße. Okay, ist egal, der wäre ich noch ärmer. Hauptsache, kriegt ihr einen Stern. Klapper. Okay, Yoshi muss ganz woanders lang. Er geht nach oben. Rechts. Also, das ist schon eine schwere Map, finde ich, weil hier alles so viel dem Zufall überlassen ist, Freunde. Diese jensten Schranken und so. Also, ich muss jetzt über den 3 machen, wenn ich das mal schaffe. Oh yeah, let's go. Racing, racing, racing. Lauf, Mario. Ja. Tuf, 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 tuf. Oh, toll. Ein rotes Feld, das finde ich ja nicht gut. War's nix gut. Oh, was ist das denn? Ich bin Bowser, der Erfinderkönig. Das ist meine neueste Erfindung. Mit dieser Münze kannst du so viele Münzen bringen, wie du möchtest. Aha, okay. Ey, cool. Eine Münze. Ja, und du? Cool. Dankeschön. Uhhh. Nein. Uhhh, das ist ja ein teurer Spaß, Freunde. Nein, ich will nicht auf rot gehen. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, Röhre an der Gewand. Ich hoffe mal, ich kann mir selber die 10 Münzen zuschancen. Mal sehen, wo stehe ich denn rechts? Okay, also. Zack, 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 zack. Okay. Ich muss ganz rechts rein, Freunde, wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ich wünschte, ich hätte einen Vorsprung. Das wäre auch ganz nice. Egal, ich werde es ja sehen. Ja, ja, sieht gut aus. Dann geht es nach rechts und ja, Freunde, ich habe es gedilltet, man. Ihr hattet keine Chance, tut mir aber leid. Genau, Freunde, so sieht es nämlich aus. Mitten in den Eskelatscht. Genau, da waren wir jetzt auch schon. Und ich habe wieder 18 Münzen, aber es ist nicht genug. Scheiße, nein. Kann ich nicht in Feld vor dem Stern stehen bleiben? Nein, jetzt habe ich nicht genug Kohle. Kacke. Ja, Luigi, du hast sowieso nicht genug Geld, Mann. Okay, er wartet noch. Ja, das ist clever. Vielleicht kriegt er noch die Chance, den Stern zu grabben hier, du. Crueber, du. Okay, Donkey läuft jetzt erstmal in die Röhre und... Und er kommt da wieder raus, genau. Oh nein, jetzt... Oh nein, jetzt kommt da mein Buch vorbei. Oh, ich bin ja nicht Erster. Ich bin nicht Erster. Luigi ist noch Zweiter. Der ist dran. Ja, Luigi wird abgezockt. Ich weiß, er ist der Besitzer der Map. Aber ja, ich freue mich trotzdem. Hihihihi. Das ist eh nicht viel Geld am Anfang. Oder? Oh, naja, doch. Sechs Münzen ist schon viel, finde ich. Aber da ist auch so eine Map, da kann man ein Buch nicht umgehen, Freunde. Das heißt, hier wird auch öfter mal ein Stern geklaut, wenn noch Geld da ist. Was richtig asozial werden wird, Freunde. Ich kann mal der, wenn der geklaut wird. Habt ihr ja gelernt, ne? Okay, Yoshi wird gleich direkt auf den Ding zustimmen. Oh nein, ich muss eine 2 machen. Eine 2 ganz dringend. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ungünstig, so was hätte passieren. Oder, warte mal. Nee, eigentlich nicht. Jetzt ist ja, genau, Freunde. Jetzt ist ja nächste Runde wieder andersrum. Dann wechselt es wieder. Und ich kann jetzt in den Minispiel... Oh, das ist perfekt, Freunde. Das ist perfekt. Ja. Plattformchaos schaffe ich auf jeden Fall. Los, man. I did it. Oh yeah, Freunde. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt die Chips schon nebenbei in irgendeiner Minispielpause oder so geholt. Manchmal bin ich ja doch ein bisschen ruhig. Ist zwar selten, aber es kommt schon mal vor. Und ich hoffe, ihr hört das Klimpern in meinem Headset nicht. Das wäre richtig, Assi. Ich muss das mal irgendwie mal zusammenkleben, weil da ist irgendwie so ein Teil, das klimpert immer so. Ist richtig, Assi. Das müsste ich mal irgendwie unterbinden. Oh, der sagt, Freunde, das ist meiner. Ich habe ihn. I did it. Ja, ihr holt euch die Münzen, die hier stehen. Ist mir völlig egal. Oh, zapp. Und twappen. Ja, ich weiß, es ist geklaut. Ist mir egal. Hoppa. Und, oh, ich muss ausweichen. Zapp und hoppa. Ja. Verkackt. Bloß, weil Donkey Kong das noch nicht schafft. Und, naja, auch bloß, weil er seine Pfoten so groß sind und er sich festhalten kann. Und, naja, ihr wisst das ja alle. Mario wins auf jeden Fall. Und ich habe fette Münzen abgegrappt. Yo, yo, yo. So, und ich würde sagen, dafür ist mir mein Stern so gut wie sicher, würde ich sagen. Also, noch nicht so gut wie sicher, aber doch schon sehr, sehr, ziemlich sicher. Luigi wird jetzt was vermutlicher in Bowser rennen. Und er rennt durch. Der nimmt nicht den Stern mit, denn er ist arm wie eine Kirchenmaus nach Bowser. Ja, da ist es, Freunde. Der nächste Stern gehört mir her. Ja. Oh, no. Oh, 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 oh. Ja, genau. So sieht es aus, Mann. Ja, lauf. Los. Stirb. Du gehörst hier nicht her, Mann. Du hast die letzte Runde gewonnen. Jetzt bist du arm wie eine Kirchenmaus. Du hast nichts. Kein Stern. Kein Geld. Kein Rang. Kein gar nichts. Okay, jetzt hat er mir drei Münzen. Die, die lasse ich ihm gerade so, ne, Freunde? Vielleicht bin ich schon wieder etwas zu aggressiv. Nö, eigentlich nicht, oder? Die PCs haben mich so gemobbt im letzten Runde. Jetzt seid ihr völlig Freunde. Obwohl Donkey Kong schon wieder richtig abgeht mit seinem vielen Geld und dem Stern da oben. Das ist schon wieder ein bisschen asozial, ne? Da muss ich ganz schnell mal was machen gehen. Irgendwie Grabelbeutel oder so. Ihr kennt ja meine Mittel und Methoden, dass jemand wenig Geld hat, ne? Kennt man ja. So, okay, Yoshi darf jetzt auch nochmal Geld klauen. Ich bin nicht Erster, ist das schön. Aber gleich schon. Ne, eigentlich nicht. Wenn ich den Sternkopf habe, habe ich ja nicht genug, um Erster zu sein. Also an Münzen meine ich. Okay, Donkey Kong ist fällig. Los, grab den Affen ab! Genau, sorry. Da, da bin ich dabei, Freunde. Da, los. Cheer, cheer, cheer. Das geht doch richtig ab. Ja, den Affen, dann zack. Yoshi, ab. Bam! Okay. Ich würde sagen, Freunde, also, ähm... Also, todessicherer geht ja der Stern gar nicht mehr, oder? Also, das ist jetzt schon safe, ja. Genau, safe, Freunde. Oh, yeah! Woo! Woo-hoo! Wie man so schön sagt, ne? Und einmal schön Münzen weggesnackt. Mwam, mwam, mwam. Und dafür den Stern erhalten, Freunde. Und jetzt bin ich Zweiter. Und noch nicht Erster. Gott sei Dank. Dudel, 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 dudel. Und wo ist der nächste Stern? Gleich mal Lucky, Lucky machen, Freunde. Und dann ist der Part wieder fast vorbei. Okay, da oben komm ich jetzt erstmal nicht so schnell hin. Aber das ist auch wieder so ne Glückssache. Da musst du erst nach rechts und dann wieder rechtzeitig da landen. Denn ich schon... Schär, Freunde. Hm? Ich muss gucken. Also, ich würde sagen... Ja, doch. Ja, komm. Was... Was ist denn das für ein Minispiel? Pilz durcheinander! Ähm. Ne, Freunde, pass mal auf, wer das so ein schönes Minispiel? Ne, ich weiß das viele von... Also, ich weiß gar nicht. Hat doch niemand erwähnt, aber... Denk ich mal. Viele mögen Pilz durcheinander, oder? Naja, egal, Freunde. Das Minispiel seht ihr dann im nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Macht euch wieder da, hol da rein und so weiter. Und ciao!